Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zwar, wie immer sage ich, die Rennfolge. Also, 1. im 1. Dezember, 2. ein Körbchen mit einer Decke, 3. so eine Katze, so eine Katze und so ein Wollenknopf. 3. Ja, 3 hatte ich. 4. 5. Der Senzkranz mit Plus, noch einer Schleife und noch einer Kerze. Die Vase gibt es nicht da. 4. 6. Mal gucken. Ich vergesse einfach alles. Also, 6. Ohne den, der Uhr. 7. Nur der Tisch. 8. Nur die Plätzchen. 9. Der Weißhalsstuhl ohne den Kissen. 10. Die beiden Kissen mit die 2 Weingelser. 11. Ein Geschenk am Trinkes mit einer Handtasche. Meine Videos werden einfach länger, wenn ich mehr Sachen habe. Also, 12. 13. Ah, 13. Und 14 war das hier. Da musste ich auch ein bisschen mit meinen Zähnen helfen. Das war richtig schwer zu aufbauen. Und so eine Kamera. In einem grün-blauen Geschenk. Und heute ist hier der 15. Zahn. Und der ist hier so weit oben jetzt. Eine Hand ist es. Oh nein, jetzt habe ich den Türchen kaputt gemacht. Essen jetzt? Nein. Jetzt habe ich den Türchen kaputt gemacht. Okay. Also, erst kann ich auch nicht erkennen. Ich glaube, dass eigentlich viel lange. Na toll. Jetzt noch in den Müll. In den Müll. Ich hasse, als wenn Sachen in den Müll-Tannis waren. Also so. Irgendwie so glaube ich. Oh ja, das muss irgendwie hier reingedrückt werden. Und hier kommt halt der Schrank. Aber wie denn? Hier unten. Ich muss mal auf die Anleitung gucken. Ich habe noch keinen Plan. Wirklich. Nein. Das hat sich jetzt falsch gemacht. Das hat sich jetzt falsch gemacht. Okay. Erst. Vielen Dank.